Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 15. Heute geht es wieder um das Color Grading. Der ColorDirector in der Version 5 ist ja eine kostenlose Zugabe und ich möchte euch heute Schritt für Schritt zeigen, wie ihr das am besten in der Videoproduktion einsetzt, was ihr beachten müsst, damit ihr so ein einfaches Handling wie möglich habt. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch kurz mal zeigen, was sind die Unterschiede bei einem Film mit Color Grading und ohne Color Grading und welche Wirkungsweise hat es auf den Zuschauer. Natürlich ist nicht jede Farbkorrektur sinnvoll und man muss aufpassen, dass es nicht zur Spielerei wird. Aber schauen wir uns doch einfach mal meinen Beispielfilm an. Links sehen wir das ohne Color Grading, sprich mit ein paar Videokorrekturen, aber keine Farbkorrekturen. Und rechts habe ich eine Farbkorrektur rübergelegt, die ich selbst entwickelt habe. Wie das geht, ist aber gar nicht so schwierig und ich erkläre es Schritt für Schritt. Wenn ihr euren Videoschnitt begonnen habt, habt ihr in der Regel bei einem 10 Minuten Film 20, 40, 80, 100 einzelne Filmschnipsel. Und zum Glück bietet der CyberLink Power Director eine Möglichkeit an, den Color Director geschickt einzubinden und das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich habe hier schon mal ein Clip vorbereitet, habe ihn in die entsprechenden Spuren gezogen und letztendlich bin ich fertig und bin kurz vor dem Rendern des Films. Was mir jetzt halt noch fehlt, ist eine gute Farbkorrektur. Ihr könnt hier auf den Button Korrigieren, Verbessern gehen. Wichtig, vorher müsst ihr ein Clip natürlich markieren. Dann habt ihr hier Farbanpassung. Ihr könnt das hier anklicken und hättet hier die erste Möglichkeit, geringe Änderungen vorzunehmen. Oder direkt in den Color Director hier oben abzuspringen. Diesen Hinweis bejahe ich jetzt. Man muss natürlich gucken, passt das für jeden, gegebenenfalls wieder auf Abbrechen gehen. Das Gute ist, die Programme von CyberLink sind alle miteinander verknüpft. Und so öffnet sich automatisch der Color Director, wenn man da draufklickt und importiert natürlich auch das entsprechende Videomaterial. Das kann natürlich je nach Filmlänge jetzt einen kleinen Moment dauern. Es wird auch nur der eine Clip importiert, den ich ausgewählt habe. Das ist aber erstmal gar nicht schlimm. Hier links habe ich wieder die ganzen Voreinstellungen, die mir das Programm anbietet, sprich die Vorgaben. Ich kann natürlich hier auch manuell gehen und kann das Ganze manuell anpassen. Aber auch hier verweise ich auf meinen ersten Teil zum Color Grading, wo ich das ausführlich erklärt habe, wo sich was verbirgt. Wir gehen wieder auf die Vorgaben, weil ich habe nämlich schon eine eigene Vorgabe erstellt. Die nannte sich damals First Look. Das war natürlich nur ein Beispiel und wie man hier schon sieht, ist es viel zu grell und würde für den Film gar nicht passen. Ich habe aber für den Digbike Film bereits eine eigene Farbkorrektur erstellt und man sieht schon, dass sich hier etwas verändert hat. Hier wird das Ganze noch etwas wärmer, das heißt mit noch mehr Rot-Tönen. Und hier habe ich das Ganze mit Blautönen versehen. Wir bleiben mal bei dieser Voreinstellung, die ich gewählt habe. Ich wähle sie aus und das Programm hat diesen Farbfilter drübergelegt. Nachdem ihr eure Vorgabe über diese Filmsequenz drübergelegt habt, dann hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, man möchte das Projekt speichern. Unter Datei Projekt speichern kann ich das natürlich jetzt machen, würde mir aber für den kompletten Workflow mit meinen 20, 40, 60, 80 einzelnen Filmsequenzen relativ wenig bringen, weil ich habe ja nicht vor, alle einzeln anzupassen, sondern ich möchte sie am besten mit einem Klick machen. In dem Fall brauche ich hier nichts zu speichern, sondern gehe auf diesen Button zurück und da steht schon zurück zu PowerDirector zur weiteren Bearbeitung. Davon sich mal nicht irritieren lassen. Jetzt bin ich wieder in meinem Schnittprogramm und jetzt habe ich ja immer Info-Is hier stehen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich jetzt nun den Clip wirklich farbkorrigiert, ja oder nein, dann gehe ich einfach mit der Maus hier über das I und dann kommt in ColorDirector bearbeitet. Wunderbar. Und ich sehe hier auch eine entsprechende Anpassung. Es wäre natürlich die Hölle, wenn ich jeden einzelnen Clip hier manuell auf diesem Wege machen würde. Das ist bei einem 10-Minuten-Film schon eine ganze Menge und würde mich in den Wahnsinn treiben. Zum Glück hat hier CyberLink ein bisschen mitgedacht und sagt, auf alle anwenden. Und das geht auch verhältnismäßig schnell. Also der komplette Clip sind ungefähr 8-9 Minuten, 8 Minuten knapp. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel, ich markiere den Clip, gehe wieder mit der Maus drüber, in ColorDirector bearbeitet. Und somit sind jetzt alle Clips letztendlich etwas angepasst. Was jetzt ein großes Problem ist, und das hat wahrscheinlich mit der Programmierung zu tun, dass sie nicht ganz sauber erfolgt ist, das ist aber nur meine persönliche Meinung, weil mein Rechner ist relativ gut ausgestattet. Wenn ich jetzt auf Abspielen will, ich mache erstmal die Musik hier aus, damit das nicht, euch die Ohren wegfliegen. Das hat ja überhaupt nicht geklappt, weil ich die falsche Spur gewählt habe. Musik ist natürlich hier unten. So. Und jetzt merkt ihr schon, das ruckelt extrem in der Vorschau. Und bleibt natürlich auch stehen, weil ich muss das hier schließen, erst dann springt das automatisch auf Film wieder um. Aber ihr seht auch hier, es ruckelt. Der Rechner fängt an, der Prozessor komplett ausgelastet zu sein. Das heißt, durch diese Farbkorrekturen habt ihr eine ganze Menge Power, die von eurem Rechner abverlangt wird. Wir stoppen das mal an dieser Stelle. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr diesen Bearbeitungsschritt komplett am Schluss macht. Das heißt, ihr habt euren kompletten Film geschnitten, vertont, alle Effekte dazu gefügt. Und dann macht ihr zum Schluss dieses Color Grading auf diesem Weg, wie ich es euch gezeigt habe. Und dann könnt ihr letztendlich in die Produktion starten. Dafür mache ich natürlich wieder das Musikhäkchen da. Gehe auf Produzieren. Und jetzt braucht ihr eine ganze Menge Zeit. Und zwar nicht für diesen Dialog hier, sondern wenn ihr jetzt anfangt, das tatsächlich hier zu rendern. Wir lassen das alles mal so, wie es eingestellt ist. Ihr geht auf Starten. Und jetzt passiert eine ganze Zeit lang nichts. Ihr seid es ja gewöhnt, dass die Renderzeit gegebenenfalls das Zweifache der Film-Videolänge beträgt. Das könnt ihr hier komplett vergessen. Es passiert wirklich nichts. Und dieser Film hat knappe 8 Minuten. Und die Renderzeit wird ungefähr zweieinhalb Stunden dauern. Das ist natürlich kein Problem, weil ihr könnt ja einfach auf dieses Häkchen gehen, Computer nach der Produktion ausschalten. Macht das über Nacht. Oder wenn euer Rechner nicht weiter benutzt werden muss. Und dann könnt ihr das natürlich dann einfach rendern lassen. Nur seid nicht überrascht. Der Rechner hängt sich auch nicht auf. Er braucht einfach so lange, um diese Farbkorrekturen halt wirklich umsetzen zu können beim Rendern. Das war's soweit. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und euch das Color Grading Schritt für Schritt näher bringen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.